Das passiert übrigens sehr oft, also ich vor allem, weil ich mich nicht so, ja, nee, wie dieser, sehe ich aus, doch stimmt, vielleicht, am ehesten wie König Boris, keine Ahnung, jedenfalls hat der mein Style kopiert, also. Jedenfalls passiert mir das tatsächlich relativ häufig, dass die Leute auch erst im Gespräch merken, dass sie mich verwechselt haben und finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich werde immer mit Smudo verwechselt, das ist wesentlich schlimmer. Ich würde lieber mit Michi verwechselt werden. Ja, das passiert auch oft, dass sie unsere Namen durcheinander bringen innerhalb der Band. Smudo, du Arschloch! Nee, ich bin so Thomas, ach der geile Typ. Also es gibt schlimmere Bands, mit denen man verwechselt werden kann als Fettes Brot, das ist schon okay und wir sind ja jetzt auch nicht musikalisch und inhaltlich so weit voneinander weg. Wir sehen halt besser aus, aber das... Sind fast jünger und einer mehr. Das sind nur Äußerlichkeiten und insofern machen diese Verwechslungen nicht viel. Das sind nur Äußerlichkeiten und insofern.